Musik Musik So, jetzt mal wieder ein Movie von uns. Und zwar sind wir bei KFD. Ich habe ja auch das Wochenende. Und er wollte unbedingt hierher. Da haben wir uns mal was geholt. Jetzt waren wir 27 Spatt. Allerdings ist das ein bisschen scharf hier. Aber es ist ja egal. Trotzdem, schmeckt es dir? Hallo? Schmeckt es? Lecker! So, gerade noch was haben sie nicht und so müssen wir zurechtkommen. Aber nicht so schlimm. Wir gehen jetzt gleich noch baden und da seht ihr noch mehr von uns. Na? Also, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ein Gartenzwerg. Und zwar werden wir heute mal hier auf den Butterberg gehen. Und da nehmen wir euch mal fünf Minuten mit. Da wisst ihr ja selber, hier waren wir schon ein paar Mal. Und eigentlich kennen wir das alle, ne? Ja, da gucken wir mal. Das ist hier. Äh, die siebenköpfige Schlange. Na los, geh hoch. Warte, die Fotografie noch zu Ende. Gut, jetzt kannst du hochgehen. Ja. Ganz schön groß. Na? Hulk hat's ein neues Hulk-Kostüm heute an. Und zwar haben wir festgestellt, dass er das nachts solche Sachen nicht anhaben kann, weil er am nächsten Tag riesengroße Klatscher hat. Seitdem schläft er ein freier Oberkörper. So, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis gleich. Was, kannst du nicht mehr? Kannst du nicht mehr? Bist du kaputt? Bist du ein neues Kerlchen? Hä? Papa? Ja, ich bin hier. Da, schön da. Ja. Ja. Ja, alle Leute lachen. Alle freuen sich irgendwie immer um Otto. Uu, 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 uu. Na, jetzt bist du aber kaputt, he? Ja. Äh, so, wann bist du geboren? Wir werden uns ein bisschen umgucken. Und da machen wir mal noch Aufnahmen dann vom Meer. So, ich weiß nicht genau, wie es ist mit Windverhältnissen, aber ihr seht das ja. Sehr schön. Komm, wir werden gerne mal rum zum Meer. Guck mal, wie schön das hier ist. Hä? 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 Nur ein Kragen? Wunderschön. Ja, jetzt wird ja auch so ein Amt gebaut. Ich weiß, das Wubi steh ich ein bisschen später reingebracht und wir heute nicht sagen, was für ein Tag ist. Na los, geh mal hin zu dem Großen. Hallo. Hast du Angst? Nein, ne? Da ist er schon rum. Ja. Ist aber auch groß. Yay. Ja. Elefant und Affe. Ja. Affe. Affe. Ja. Ein Affe. Ja, ein Affe. So, also ich würde sagen, wir machen noch ein Werbeblock. So, hier sehen wir noch, wer das noch nicht gesehen hat, eine typische Vogelfalle. Und zwar fliegen die Vögel hier rein, ihr seht es ja hier. Und dadurch, dass das so gemacht ist, kommt die nicht wieder raus. Der Grund so eine Vogelfalle ist natürlich der Grund, dass ihr Vögel gegessen werden. Ist gar kein Problem. Es fahren ja auch Wagen mit gebratenen Vögel vorbei, wie so kleine Spatzen. Also ich habe sie schon mal probiert, man kann sie essen, ist okay. Aber ja, ist nicht unbedingt mein Ding. Weil sie natürlich außer klein sind und da muss man viel essen. Vielleicht würden sie mir besser schmecken, wenn sie anders gewürzt sind. Aber sie sind halt nicht anders gewürzt. Für die männliche Bevölkerung. Ja, wo muss man lang? Ja, wir müssen aber die ersten Schuhe anziehen. Jetzt ziehen wir deine Schuhe an. Das kann es aber schon toll. Also ich würde sagen, wir halten nachher noch mal drauf. So, jetzt sind wir wieder. Wir filmen mal ein bisschen abseits von Butter. Hier wird immer noch Wasser in den Dröken aufgefangen. Ja, warte, ich film das noch schnell ab und dann gehen wir da hoch. Ja, da kannst du trommeln. Okay. Ja, was das da genau ist, weiß ich nicht. Als wenn das unbedingt in der Sonne liegen müsste, das Getränk. Ja, vielleicht damit das gärt. Ja. Ja. Na, lauter. Jawoll. Und weiter. Bis durch. Geh. Immer lauf. Jawoll. Und ding. Ding. Jawoll. Und weiter. Bis durch. Geh. Jawoll. Und ding. Ja, richtig. Mit Karacho. Jawoll. Jawoll. Alle. Alle. Muss alle nehmen. Ah, eins vergessen. Noch eins vergessen. Guck mal, wo ich frisch davor bochen. Komm mal her. Ich zeig's ja mal. Okay. Ah, auf geht's. Na ja, er hat noch nicht so viel Kraft. Auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, das war's heute erst mal. Ja, wir werden jetzt wieder nach Hause gehen. Und da werden wir noch ein bisschen spielen. Und dann werden wir ja wieder twitchen. Ja. Ansonsten möchte ich heute grüßen. Äh. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020